Rot und Weiß, unsere neuen Lieblingsfarben. Klar, ich bin schwer von Begriff. Damit bin ich aber nicht alleine. Die Menschen unseres Landes sind ja inzwischen eher... nein, ich sag's nicht, stimmt ja auch nicht, aber allmählich wird man das Gefühl nicht los, dass uns Menschen nichts mehr zugetraut wird. Menschen sind Menschen. Irgendwie menschlich, lebenslustig, unberechenbar. Da ist es gut und hilfreich, wenn man ganz klar beschildert wird, so dass man weiß, rot und weiß, diese Durchfahrt ist gespart, schneien verboten. Und dann ist das nächste Mal. Vielen Dank.